Aber die Arbeitswelt verändert sich. Natürlich auch durch die Digitalisierung wird nicht nur die Qualität sich verändern unserer Jobs, sondern vor allem eben die Quantität. Jetzt ganz generell, Frau Meindl-Reisinger, wie viel soll der Mensch in Zukunft arbeiten? Also ich glaube, dass die Digitalisierung tatsächlich die größte Umwälzung ist der Gesellschaft. Also das betrifft nicht nur die Arbeitswelt, aber auch und gerade der Arbeitswelt. Und wohin das gehen wird, weiß man heute noch nicht. Im Moment würde ich sagen, sehe ich sehr viele Chancen darin. Und ich appelliere auch, nicht nur an die österreichische Bundesregierung, sondern gerade auch an ganz Europa, dass man hier als Europa die Chancen nützt und schaut, dass man den Anschluss nicht verliert, weil die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz kommt. Und wir können uns Europa die Frage stellen, sind wir entweder dabei oder schauen wir zu, wie China und die USA an uns vorbeigehen. Aber natürlich muss man sehr behutsam darauf achten, welche Branchen sozusagen besonders gefährdet sind und dann auch schauen, dass man das entsprechend durch gute soziale Systeme nachhaltig abfedert. Das ist völlig klar. Bevor wir zu Europa kommen, eine kleine kurze Frage noch. Sie sind ja auch in der Wirtschaftspolitik gegen neue Steuern, Sie sind aber für eine CO2-Steuer. Wie hoch soll die sein? Nein, wir haben uns an Schweden orientiert, wobei wir keine Sätze bewusst gesagt haben. Wir haben hier, weil man das uns dann in unterschiedlichen Modellen anschauen muss, können. Man muss auch bedenken, dass, also worum geht es, möchte ich mal einfach sagen. Ich glaube, wir müssen klar sehen, dass die Frage des Umweltschutzes, der Klimaschutzes eine entscheidende Zukunftsfrage ist. Punkt. Das erwarte ich mir auch für meine Kinder, dass wir da jetzt nicht weiter zuschauen, sondern einfach wirklich Schritte setzen. Auch für die Partei des freien Marktes? Gerade. Und jetzt komme ich auch zu dem Punkt, warum. Das kann wiederum. Weil wir? Nein, überhaupt nicht. Weil ich glaube, dass mit einer reinen Einschränkungspolitik, also dass man sagt, so wie das die Grünen gern machen, Verbote oder nimm halt wieder das Handzahnbürstel statt dem elektrischen Zahnbürstel. Das ist zwar nett, ich finde auch gut, dass man bewusst mit Ressourcen, bewusst mit Energie umgeht, aber wir wissen ganz genau, dass wir das nicht rausreißen, vereinfacht gesagt. Sondern wir brauchen marktfähige, technologische Innovationen, die uns wirklich weiterbringen. Und, und davon bin ich überzeugt, wir brauchen Lenkungsmaßnahmen und eine CO2-Steuer, die ich mir übrigens auch europaweit vorstellen kann. Also das wäre durchaus etwas, wo ich jetzt auch gebeten habe, an einem etwaigen Modell einmal zu arbeiten für Europa. Auf irgendeiner Höhe? Nein, uns ist es wichtig, dass es aufkommensneutral ist und man muss sich das eben genau anschauen. Aber es geht um Lenkungsmaßnahmen, dass man sagt, den Verbrauch von CO2-intensiven Gütern und dass man das halt dann auch entsprechend besteuert. Also eine Ökologisierung des Steuersystems haben wir immer als Anliegen gehabt. Und wie gesagt, Schweden hat so eine CO2-Steuer eingeführt und hat es gleichzeitig aber geschafft, dass dort auch die Wirtschaft wettbewerbsfähig geblieben ist. Weil das muss man natürlich schon auch sehen. Wir wollen ja nicht, dass jetzt Jobs massiv verloren gehen. Aber ich halte das für ganz wichtig. Aber die Höhe bleibt offen. Das ist auch eine Adresse. Ja, das ist auch eine Adresse. Ja, das ist auch eine Adresse. Ja, das ist auch eine Adresse.